Ihre neuen Erkenntnisse, Ihren Trumpf im Ärmel, lassen Sie es, mein Junge. Sie haben Angst, dass ich die Rolle nicht einnehme, die Sie für mich vorgesehen haben. Ich bringe das morgen vor Gericht. Tu es nicht. Wollen Sie gleich in Ihrem ersten Prozess alle Regeln außer Kraft setzen? Hat er dir geraten, wieder was mit mir einzufangen? Es war damals eine andere Zeit. War es gerecht? So wie es geht?